Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend und damit willkommen bei einem neuen Video hier bei JesusTube. Und heute dreht es sich um das Thema erfolgreich auf YouTube und zwar mit der Qualität der Videos. Ich hatte ja schon ein erfolgreich auf YouTube Video gemacht und die Resonanz war wirklich, ich sage jetzt nicht überwältigend, aber durchaus positiv. Und deswegen versuche ich mich einfach nochmal hier an kleinen Tipps, die euch eventuell weiterhelfen können, um auf YouTube noch bekannter zu werden. Und zwar geht es wie gesagt um die Videoqualität. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, ein Video von MrGavinVideo, den Link findet ihr in der Beschreibung, um anhand von diesem Video mit Beispielen zu zeigen, auf was ihr denn achten müsst. Ganz wichtig, gleich mal am Anfang, die allgemeine Videoqualität, die Bildqualität. Klar, es kann nicht jeder in High Definition oder mit hoher Qualität, also in HD aufnehmen. Aber man sollte trotzdem darauf achten, dass man mit den Mitteln, die man hat, das bestmögliche Qualitätsergebnis erzielt. Hier zum Beispiel haben wir unten in der Leiste ja diese Auswahl mit den Pixeln. Und hier haben wir zum Beispiel 240 Pixel, 360, 480 und 720. Wobei wir hier bei 720 Pixeln das HD haben. Und das ist dann das Bildformat 1280x720. Und ich empfehle euch allen, dieses Bildformat zu benutzen, denn dann hat man auf YouTube wirklich eine ansprechende Qualität. Das kann sich auch sehen lassen, da kann dann jeder sagen, was er will. Ihr habt das im richtigen Format aufgenommen, das ist in Ordnung. Was natürlich auch in Ordnung ist, ist das altbekannte 4 zu 3 Format. Da haben wir hier links und rechts jeweils schwarze Balken, das ist auch in Ordnung. Was jedoch natürlich überhaupt gar nicht geht, ist wenn wir zum Beispiel hier oben einen schwarzen Balken haben und unten einen größeren oder an einer Seite fehlt was oder das ganze Bild ist verzerrt. Das geht dann natürlich überhaupt nicht. Ebenfalls zu beachten ist natürlich die Tonqualität. Wenn wir jetzt hier reinhören beim Video von Mr. Garwin Video, ich drücke mal kurz auf Play. Ihr habt jetzt sicher gehört, es ist eine ganz normale Tonqualität. Man hört etwas Rauschen, das liegt in dem Fall am Mikrofon. Das finde ich aber persönlich nicht so schlimm. Wenn man eben kein perfektes Mikrofon hat, dann geht es eben nicht. Ich habe jetzt auch nicht gerade das Monster-Mikro, mit dem ich alles perfekt aufnehmen kann. Aber was zum Beispiel nicht passieren sollte, dass es selbst mir passiert, das zeige ich jetzt an einem eigenen Video. Wir hören da mal kurz rein. Da lasst, was er denn dazu sagt. Und das wird es gewesen sein mit diesem Quick-Tipp. Ihr hört es, es ist einfach eine richtig schlechte Tonqualität. Es war mein Mikrofon nicht richtig eingesteckt. Achtet da drauf, denn das kann wirklich sehr ärgerlich werden. Stellt euch mal vor, ihr nehmt ein Video auf, das geht 7-8 Minuten. Und schließlich merkt ihr, oh, der Ton geht nicht. Ich denke nicht, dass dann die meisten von euch gelassen bleiben und sagen, gut, mache ich die 7-8 Minuten nochmal. Es ist dann sehr nervig. Ich habe es bei diesem Video leider erst gemerkt, als es schon auf YouTube war und dachte jetzt mir, okay, muss jetzt eben mal so bleiben. Aber wie gesagt, da achtet am besten drauf. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch sehr umstritten, diese Anmerkungen, die es auf YouTube gibt. Also wenn man hier im Video zum Beispiel oben links einbinden kann, ja, gebt doch Daumen hoch oder so etwas. Es gibt immer wieder Leute, die machen auf das ganze Video eine Anmerkung. Ich kann euch ja mal zeigen, wie das geht. Ich habe das sogar selbst bei dem letzten Video gehabt. Ich gehe jetzt hier auf Video, auf Anmerkungen. Pausieren das hier. Was ich meinte ist jetzt, wenn wir auf Plus gehen, hier gibt es dieses schöne Kästchen. Das ist ein Spotlight. Das ist praktisch erst erkenntlich und sichtbar, wenn wir drauf gehen. Dann erscheint erst der Text. Und wenn wir das jetzt über das ganze Bild ziehen, ich mache das mal in einer anderen Farbe, dass man es besser sieht, dann bleibt dem Zuschauer keine Möglichkeit mehr, wenn er das Video pausieren will, dass er natürlich gleich drauf klickt. Jetzt verlinken viele das wieder auf das Video oder auf den Kanal, was dann natürlich dazu führt, dass es mehr Video Views gibt oder mehr Kanalaufrufe. Das Ganze ist jetzt sehr umstritten. Man muss es wirklich in Maßen halten. Ich habe das jetzt bei meinem letzten Video gemacht, wo ich YouTube Partner geworden bin, dass ich auf meinen Kanal verlinkt habe. Das war aber eigentlich meiner Meinung nach und wenn ich mich richtig erinnere, das einzige Mal. Es gibt viele Leute, die regt sowas auf. Deswegen kann man diese ganze Sache auch ausschalten, auf der Videoseite dann. Aber ich sage es euch, seid vorsichtig damit. Man kann diese Anmerkungen oben rechts, zum Beispiel so, klein am Rand hin machen und dann hier unten reinschreiben zum Kanal. Es ist völlig in Ordnung und auch kein Problem. Aber man sollte mit diesen Anmerkungen vorsichtig umgehen, auch dass sie nicht hier das ganze Bild bedecken. Das sind jetzt einfach mal diese grundlegenden Informationen, die ich euch mitgeben wollte. Es gibt natürlich noch viel mehr, wie zum Beispiel die Beschreibung oder der Content selber, dass der natürlich nicht sinnlos sein sollte. Aber ich denke, das erklärt sich von alleine. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt doch bitte einen Daumen hoch und kommentiert. Was sagt ihr dazu? Welches ist denn euer Lieblingsformat? 4 zu 3, 16 zu 9. Und ich bin euer Cheesy und ich bin jetzt hier raus. Zum Kommentieren und Bewerten drücken Sie die Buttons und schreiben Sie Ihre Meinung in das Textfeld.